oh dankeschön ergie jetzt habe ich gar nichts für dich wieso hast du so viel kassierer ja ich habe zwei aber irgendwie steht da es ist komisch jetzt ist die maus wieder weg jetzt beide wieder da aber muss halt auch mal geld für zahlen okay was passiert gerade nicht irgendwas ist gerade gewaltig im arsch irgendwas ist gerade gewaltig im arsch das hier ist doch die fläche für reis gott warte mal was ist hiermit geht das geht rein sushi geht auch rein okay aber was ist mit diesem reis das ist der reis den eg geschickt hat der karton ist leer er geht lang karton geschickt so das ist der fehler gewesen was ist hier los warum verdient ihr jetzt wieder reis und shampoo nicht nur eine jahr ich habe es gerade entdeckt hier ist noch ein lehrer und ich wundere mich warum geht das da nicht rein ins regal ja mit dem so käse gehen wir mal komplett durch markt käse dreimal dreimal mozarella zweimal auf kann chris alles klar macht das rula was sieht denn das was machen sachen bitte was elmo dies dass das machen sachen du was machen sachen du was machst du also nicht schlecht war nicht was machen sachen so nein nein ich bin komplett ich weiß machen kann ich mir nicht ein busfahrkarte kaufen den bus fahren die stadt größer wird er muss mir was einveränderung dann ist 25 hallo dann ist 25 wirklich ein bisschen wenig monte ist schon auf dem weg zum shop ja ja wir haben wir nicht jetzt reicht jetzt reichen jetzt es langt jetzt langs alter das ist das ist eine gute mischung gamespeed slow und weg teleportieren ja super bringen wir voran und open store alter hey der ist ja offen man kommt gerade alter aber es kommt glaube ich gerade keiner rein weiß es nicht eigentlich kommen die rein oder kann es sein wenn man nach 9 uhr einmal zu hatte kommen die nicht mehr wenn man öffnet das weiß ich gerade gar nicht vielleicht sollte man sich sind doch lieber auf sparen ich gucke mal wenn da jetzt keiner laden drin ist wenn ich irgendwo ankomme denn sollte man sich das glaube ich lieber sparen ich habe ja auch noch nicht enter gedrückt wenn ich jetzt enter drücken würde könntest du wieder nach wieder öffnen und komplett bodenlos dass die auch diese karte ich wollte gerade beschweren dass sie die kartons die auf der straße liegen nicht einfach mal rein räumen die liegen da einfach die ganze zeit rum schnake 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 es kommt tatsächlich keine kunden mehr wenn man nach 9 uhr zu hatte kommen da sind wir da bin ich da bin ich so fair und macht die leiden auf sofort da bin ich so fair da bin ich ein fairer schwein richtig fairer schwein und bin ich da und dafür telefoniert weil ich so fair bin klasse ich habe das gefühl der supermarkt komplett bach runter jetzt morzarell auch gott ist es alles so leer kaffee die guck dir diese regale an die sind komplett 2 2 3 die folge muss irgendwas mit twits zu tun haben ja bodenlos bodenlose twits zuschauer zack okay das ist gerade wirklich kacka alter es ist alles leer wir sind die nette zuschauer wir unterhalten dich ja ja sonst ist das nicht eigentlich anders ich habe es gerade bestellt ist schon wieder gleich leer ich komme halt auch null hinterher mit den einräumen 0 nein alle preise das ist das schlimmste alle preise nach oben setzen ist wirklich das schlimmste das ist mit abstand das schlimmste da habe ich letztes mal ja auch um 25 coins angehoben weil es ja mittlerweile halt auch mehr sachen sind die angehoben werden also johgurt und tabs der hat den cloud sehr gut bitte noch begeistert kannst du gerade noch nicht so zeigen ich verstehe das problem nicht erst ja und dass keiner hinterher kommt und dann sorgt man für ein wenig nachfrage und dann ist das auch nicht richtig was ist denn das für eine nachfrage die preise zu erhöhen wir haben leute keinen bock das zu kaufen denn ja und das ist nicht so teuer müssen abgehobener marktleiter hier joghurt gefühlt noch nie aufgefüllt worden steaks 2 so da 3 3 auch gar nicht in der mir einräumen am besten meld es langsam insolvenz an ja ja ich glaube es soweit ich glaube es ist soweit so steak haben wir gerade geholt eier liegen auch draußen auch alles leer so laden läuft gut die sachen werden alle gekauft aber man kommt jetzt gerade so noch hinterher mit einsortieren so aber noch mal schnell kuchen kuchen dreimal dreimal